Liebe Freunde, die Awesome People Conference Nummer 2 nimmt Form an. Wir sind auf einem richtig guten Track und ich finde, es ist jetzt mal allerhöchste Zeit, euch all die großartigen Menschen, die mitwirken, an diesem Projekt einmal vorzustellen. Denn, ey, ich könnte das niemals alleine realisieren. Das Ding wird gerade so groß, ich komme da alleine überhaupt nicht mehr mit. Aber zum Glück habe ich da echt fetten Support dabei. Und wer genau alles im APC2-Boot mit drin sitzt, das seht ihr jetzt. Viel Spaß! Hi, ich bin Lulu, ich bin 17 Jahre alt. Ich habe einen Instagram-Account, auf dem ich täglich mein Essen poste, um Leuten zu zeigen, wie einfach und lecker es sein kann, vegan zu leben. Außerdem versuche ich anderen Leuten zu helfen, was das Thema Selbstliebe und Essstörung betrifft. Bei der Awesome People Conference bin ich zuständig für den kreativen Bereich, was das Design bei den Facebook-Events betrifft und auch beim Videoschnitt. Außerdem helfe ich auch bei der Organisation. Und am meisten freue ich mich, die Leute kennenzulernen und die coolen Interviews zu hören, um auch was dazuzulernen und über ganz, ganz viele tolle Sachen zu erfahren. Hallo, ich bin die Katrin, ich bin 22 Jahre alt. Ich komme aus München, aber gerade wohne ich noch in Rom, weil ich da meinen Erasmus im Sinne meines Medieninformatik-Studiums gemacht habe. Aber jetzt werde ich erst mal mindestens ein Semester aussetzen, um dem Tomatenteam in der Organisation und dem Event-Management von der Awesome People Conference zu helfen. Also im September geht es auf die Tour und ich freue mich mega drauf. Also wir sehen uns dann dort und ja, bis dann. Ciao! Hey, ich bin Malte, ich bin 28 Jahre alt und ich arbeite derzeit als freiberuflicher Kameramann und ich fahre bei der APC mit und mache da eigentlich genau das, was ich freiberuflich mache. Ich mache die Kameraarbeit dabei und werde dafür sorgen, dass die ganzen Sachen dann richtig geil aussehen und am Ende werde ich die ganzen Sachen auch noch zusammenschneiden, damit ihr richtig geile Videos bekommt. Hallo, ich bin die Carla, ich mache das Event-Management für die Awesome People Conference und meine Aufgabe ist, es die besten Locations zu finden. Das heißt, ich versuche in den zwölf Städten, wo wir sein werden, einen Raum zu finden, der die Kapazitäten erfüllt, der den Preis erfüllt und natürlich auch in dem Datum frei ist. Und wenn das alles steht, richte ich das Ticketing ein und kurz später könnt ihr schon euer Ticket kaufen. Ich bin aus Köln und auch da bei den Live-Events dabei und ich freue mich, euch dort zu sehen. Hey Leute, ich bin Patrick, ich wohne hier wundervollen Berlin. Seit für acht Jahren betreue ich Selbstständige und kleine Unternehmen im Bereich Webdesign und allem, was dazugehört. Für die APC programmiere ich jetzt eine komplett neue Plattform, um zum einen Robert ein bisschen die Arbeit zu erleichtern und vor allen Dingen, damit ihr eine reibungslose APC genießen könnt. Und ich freue mich drauf. Hallöchen, ihr Tomatenliebhaber. Mein Name ist Nobby. Ich bin seit 21 Jahren als Produktionsfahrer für Kino- und Fernsehfilmproduktionen in Berlin unterwegs und werde bei der APC die geile Tomatencrew quer durch die Republik bis nach Italien schaukeln und dort helfen, wo es notwendig ist. Meine Interessen sind Ernährung und Persönlichkeitsentwicklung. Und ich hoffe sehr, dass es bald losgeht und wir uns auf der APC wiedersehen. Ciao, bis deine. Tschüss. Yes, yes, yo, ihr digitalen Tomatenomaden. Mein Name ist Thomas Eberts und ich bin leidenschaftlicher Herzensfolger und ich werde ab dem 1.11. das großartige Team, bestehend aus Lulu, Katrin und Robert, dabei unterstützen, die APC 2 zu einem vollen Erfolg werden zu lassen. Mein Hauptaufgabenbereich wird sich rund um das Marketing um die APC 2 drehen und natürlich um die direkte Kommunikation zu den Speakern, aber auch zu euch auf der APC 2 Plattform drehen. Ich wünsche euch bis dahin von Herzen alles, alles Gute und denkt immer dran, ihr seid ein Geschenk für die Welt. Und ich bin Robert und meine Aufgabe ist es, all die Menschen, die ihr gerade gesehen habt, in die Lage zu versetzen, dass sie den größtmöglichen Erfolg haben können. Und ich werde versuchen, in den Awesome People Conference Interviews aus all unseren Speakern möglichst viel rauszuziehen, dass ihr den fetten Value bekommt. Und ja, ich freue mich auf das Ding. Leute, lasst uns dieses Schiff gemeinsam rocken. Danke an alle, die dabei sind. Leute, ohne euch würde es überhaupt gar nicht gehen. Ich freue mich auf alles, was da kommt. Und wir sehen uns. Bis dann.